Hallo, wir von TSV Wellendorf bedanken uns bei der SPV gegen Welterstadt für die Nominierung der Klopapier-Challenge und nehmen diese natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit gerne an. Gleichzeitig nominieren wir drei weitere Mannschaften. Zum einen die erste Mannschaft vom SV Pettenville, die erste Mannschaft der Sportvereinigung Cannstatt und die erste Mannschaft der Stuttgarter Kickers. Ihr habt 48 Stunden Zeit, dieses Video dann zu meistern oder dann würden wir uns freuen, eine Kiste kaltes Bier nach Wellendorf zu schicken. Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid, alle gesund bleibt und würden uns dann auch freuen, wenn wir alle mal wieder auf dem Feld Fußball spielen dürfen. Wir beginnen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's